Ach, wenn ihr statt hier seht, dann muss ich euch sagen, dann fange ich schon wieder an zu träumen. Ich glaube, ich bin ein verträumter Schlumpf. Aber Menschen ohne Träume, die haben nicht gelebt. Deswegen Träume ist das Schönste, was es gibt. Manche gehen ja auch in Erfüllung. Manche gehen nur manchmal in Erfüllung. Und manche gehen da doch nie in Erfüllung. So ist halt das Leben.